das ist mehr wichtig ist ich bin ich weiß nicht ob ich das jetzt wirklich zu Ende machen sollte die Zerlern im Gehobel über hat er das sind Knochen und für die Zürichung der Eterne zeigen es mir oder aber die Zinsen der Fassel das aber bei der Technik Was ist das denn? Entschuldigung. Kannst du das machen? Na... Mal schauen, bitte. Ja, gut! Das war gut! Ich habe auch die Hände hoch! Seid mal den nächsten Move. Oh, der ist Anschluss. Nicht schlecht. Das, ah, ich hasse das mit dem Hochdrücken, ey, das klappt nicht. Oh, der ist schon schlecht. Oh, der ist schon schlecht. Jetzt bin ich ganz aus. Warte, Moment. Ja. Ach, Mann, das ist so eine Kacke hier mit dem... Boah, das mit dem A richten Sie auf. Ach, jetzt hab ich da können. Oh, das klappt nicht. Boah, jetzt wartet. Okay. Zack. Oh, jetzt hab ich schon wieder verpenn... Ach, ey, war das wirklich so schwierig, ja? Ja, ich krieg das mit dem A nicht gewonnen. Oh, ich hab' mich schon wieder verpenn... War das wirklich so schwierig, ja? Ach, jetzt hab ich schon wieder verpenn... Ich krieg' das mit dem A nicht gewonnen. Oh, das ist so kacke. Was? Warum? 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 Du hast den 18-Jährigen geholfen, oder? Was war das, was du schlecht warst? Ich denke, das ist sicher. Hey! Du hast den 18-Jährigen geholfen, oder? Du hast den 18-Jährigen geholfen, oder? Du hast den 18-Jährigen geholfen. Soll ich leben? Das sind die 2-Jährigen geholfen! Okay, ich weiß, warum das immer zu langsam ist. Wer macht solche Kombos? Ich nicht. Na, lass doch mal gehen. Ich habe gesagt, ich habe den 18.000 gekauft. Ich werde das nicht machen, oder? Ach, ernsthaft? Mann, Alter, ich habe doch... Ey, ich habe doch... Ich fresse keine Ahnung. Kacke, jetzt war ich zu langsam. Mann, Alter, Entschuldigung. Ich rieche mich gerade voll auf. Oh, jetzt habe ich den Einsatz verpennt. Junge, ich töte dich gleich. Ich weiß ja, wenn ich die Drainboards... Die werden dich nie wieder weggefahren. Ich hasse den. Ey, ich habe doch... Ich lasse mich doch von dem Kleinen hier nicht verarschen. Entschuldigung. Haha, ich weiß nicht, was ich noch nicht will. Wicke ich mir zu sagen zu meinen, warum? Was ist der? Warum anst du mir das? Ich habe doch bedrungen. Ich habe doch gedacht. Ich habe doch gedacht, was gibt es nicht? Ich habe doch wieder gedrückt. Bitte, das sind was anstieg. Ich hab gedrückt. Warum nicht? Ja, schließen. Wo ist die Glocke? Ich will gut wissen. Dann tue die 18-H обычно. Pistige. Kannst du nicht machen, oder? Das war so schwierig. O-Oi! War das so schwierig? Du hast gesagt, dass du für den 18-Jährigen gekauft hast. Oh, ich bin so... Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist gut. Ich bin der 18.000-Mitglied zu mir. Ich bin der 18.000-Mitglied. Ich bin der 18.000-Mitglied. Ah, nein! Das ist so schwierig! Das war das letzte Mal für den 18. Ich hab... Mann, ich hab doch gewünscht, man sieht das doch. Kack die Wandern, du Missgeburt! Entschuldigung. Wundersch, du bist auf die 18e-3-3-4-3-3-3-4-4-3-4-4. Wundersch, du bist auf die 18e-3-3-4-3-4-3-4-3-5-3. Warum? Warum? Warum nicht, Alter? Ich hasse dich. Ich will ihn töten. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Fuck you, Alter! Boah, ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Sonst kriege ich gleich nur einen Herzempfang. Das ist mir nicht wert. Boah, fick dich, Kili. Kleiner Bisser. Ich glaube, ich stelle die Musik hier ab, weil das... Boah, dieses Düb-Düb-Düb-Düb finde ich echt nervig. Ich persönlich. Also das erinnert mich, wie gesagt, ans Dschungelbuch. Und nicht an Dragon Ball. Ich gehe mal ins Klassenzimmer. Was habe ich hier jetzt? No, toll. 16, 6. Da bist du, Yisabug. Konnichiwa. Hallo. Lernst du fleißig bei deinem... Hallo. Lernst du fleißig bei deinem Ausbilder? Ich werde mich auch anstrengen, um noch stärker zu werden. Krrrr. Ja, wegen der Brille, weißt du? Ja, und, äh, toll. Das war's. Ähm. Was ist das denn hier, Alter, für eine riesige Tafel? Da kommt der gar nicht hin, ey. Na, gucken kann ich hier hoch? Ne, noch nicht mal hier hoch, Alter, was ein Schwachsinn. So, jetzt gehen wir mal hier hindurch. Hey, diese Musik. Links, rechts, links, rechts. Also wie gesagt, ich muss hier halt immer... Nein. Bitte nicht. Ach, Gott sei Dank. Wo bist du? Ja, aber es interessiert mich, ehrlich gesagt, nicht die Brille. Ciao. Äh, Teleportstation, ja, machen wir dich mal. Ja, möchte ich gerne. Ähm. Ja, hier, Empfangsbräuch, ja, möchte ich. Ach, Mr. Satans Haus stand da sogar. Äh, ich... Warte dem. Ja, Story-Quest. Ich würd' sagen, wir machen jetzt mal eine Offline-Quest. Aber ich möchte mal so ein bisschen gucken, was da so abgeht halt. Ja, möchte ich gerne. Ja. Ähm. Erstmal die einen Sterne-Quest. Das Leben als Zeit-Soldat. Gucken wir mal, wen wir da zunehmen können an Charakter. Ich hab' ja, äh, die... Vorzeit-Edition quasi, also noch die... Ja, diese eine. Ihr wisst schon, was ich meine, dass ich diesen Black Goku da kriegen kann. Da haben wir einmal Son Goku. Wir haben Chuu, Son Gohan. Erstmal nehmen wir uns, klar, ne? Son Gohan, Son Goku, Piccolo, Yam Chuu, der Lappen. Na, äh, Raditz. Dann haben wir Akrylin, Raditz, äh, Nappa, Vegeta. Dann pflanzt man den Hinschenhan. Und den kleinen Mann hier. Äh, wieso hab' ich den Black Goku noch nicht? Jetzt fühl' ich mich grad so ein bisschen verarscht. Wo ist Black Goku? Hm. Dann nehmen wir einen Hinschen Goku. Und dann nehmen wir noch mal Vegeta. Jaai. So, und das ist dann jetzt auch die erste Quest. Und ich denke mal, dass wir die ganz schnell beenden werden. Das Leben als Zeitsoldat. Äh, schließe, ruhig, Karschinsprüfung ab. TP, alle teilnehmen, Mitglieder erschöpft sind. Okay. Okay. Okay, okay. Ich will das auf die Zeitleiterin-Abteilung für die Zeitleiterin-Titeln beigetragen. Dann starte ich mit. Ich bin hier im Vergleich zu einem Schauspieler. Ich bin hier im Vergleich zu einem Schauspieler. Ich bin hier im Vergleich zu einer. Hä? Ja, ja, ist Ach, Junge Ja, hab ich jetzt, okay Und jetzt aufnehmen, jawoll Sehr schön Wo kann ich hin, Level 1 Hat der alte Sack Ja, wie gesagt Ich werde jetzt erst mal, wie gesagt, diese ganze Was? Ja, ist ja gut Es ist nervig, muss ich ganz ehrlich sagen Weil man kennt dieses Spiel ja schon Also für die Leute, die es halt kennen Es ist nervig Ja, ist echt so Mann, aber richtig nervig Nee, es ist wirklich anstrengend gerade Nein, es ist wirklich anstrengend Wie gesagt, wie gesagt, ich bin ganz ehrlich Dann schauen wir uns wieder an, wir haben hier ein仲間 Wie gesagt, wie gesagt, ich bin zufrieden Ich muss einfach nur in dem Bereich stehen bleiben, glaube ich, ne? Drücke A, blablabla, wenn er in dem Kreis, ja, okay. Ach, ja, toll. Drücke R, B, ach, ich hab grad hier die Gänze gedrückt. Eine Select-Taste. Ach, komm. Okay. Ich bin verdammt. Ich bin verdammt. Lina, du hast geholfen. Anika, ich bin jetzt hierher gekommen. Ja, soll es nur kommen. Okay, das kennt man ja eigentlich alles. Wer die Spiele halt kennt. Ja, weiß auch, was Sache ist. Ähm. Muss einfach mal sein, um mal zu zeigen, wer hier der Bossen-Ding ist. Gut, komm her. Oh, Mann. Sieht doch, was ich meine, das ganze Knatsch, was der Krelin mir da gerade gezeigt hat. Das würde ich eh nicht nutzen, weil ich hab jeder seinen eigenen Kampf zu sehen. Okay, das klingt total schwachsinnig. Aber ihr wisst, was ich meine. Ah, bleib doch hier. Nein, ich wollte keine Genki-Dame machen. Ich hab überhaupt keine Scouter. Ich kann das nicht, ey. Oh, kacke. Ich, oh, ernsthaft. Oh, nein. Das gibt es nicht, ey. Ach so, okay, jetzt geht's. Boah, sorry, ey. Wo ist er denn jetzt, der versteckte Feind? Da hinten. Und da hinten. Wer war'm da? Mich interessiert, wer hier hinten ist. Ich glaub, der alte Sack, ne? Ja, der alte Sack. Ja, wo war denn der Pflanzen-Mensch? Hallo, Pflanzen-Mann. Ja, jetzt küsst du das super-Kammer. Das war's, oder? Wie gesagt, ich find's nervig halt, dieses Tutorial. Wo muss ich jetzt hin? Okay, wer seid hier so farben? Ja. Oh, verdammt. Ich hab' nicht getroffen. Ich muss ja sagen, also soll ich nicht unverschämt werden. Ich hab' bis jetzt jeden auseinander gepflückt. Geh' weg. Na, wo sind die anderen alle? Oh, komm her. Du hast auch gar keine Schnitte Blaze. Blaze, was im Namen? Ah, komm. So, was ist der letzte? Hier. Da hat er Glück gehabt. Oh. Oh, verdammt. Ja, ja. Okay, das weiß ich ja. Ja, würde ich auch machen. Entschuldigung, ich bin grad ans Mikro gekommen. Die haben hier keine Schnitte. Gut gemacht. Ich hab' nicht mehr gesehen. 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 Das ist nicht mehr gesehen. Ich hab' nicht mehr gesehen. Ich hab' nicht mehr gesehen. das lieb ich so ernsthaft halt ich will das soll ich mir mal ein schuh äh ich kann mir nur nicht mal was abgibt bämm 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 dass ich mich damit wenigstens mal kommt noch jemand ultimativer finisher ja sauber level aufstieg jawohl wieder drei punkte mischkampsel mr satan brauche ich gar nicht das geld weil wie gesagt die beste uniform habe ich ja jetzt mittlerweile schon an links rechts links entschuldigung aber ich muss immer an oberst hearty denken tschüss hallo schön dass du wieder da bist und wie wir an deine erste parallelquests manche leuten kürzen parallelquests mit pq ab zwar kannst du pqs beliebig annehmen sind aber doch ziemlich wichtig pqs kannst du neue techniken von den größen blablabla und so weiter ja ich weiß dankeschön so ähm ja brauche ich nicht wir wissen das ja aha nein was achso ok schlöck 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 schlöck